Den britischen Verlündeten folgen. Wolf, Lawrence und Whitmore führen die drei Divisionen der Royal Navy. Wer ist Kommandant? Major General Amherst, persönlich, zurück aus Hannover. Ihr findet Interesse am Kriegsschlein? Ich möchte euch nicht enttäuschen, Sir. Okay. Oh. Das sieht noch ein bisschen... Ist ja immer so langsam. Okay. Ähm... Sie dürfen nicht durchkommen. Ihr müssen diese Schiffe stoppen, Käpt'n. Der Ausgang des Krieges hängt davon ab. Setzen eure Mörser an, Jay. Sie können auch wir uns mit dem Sieg entschalten. Sie können auch mit dem Sieg entschalten. Was darf ich, Sir? Feuer! Schockstegel rechnen! Feuer! Na? Kann ich das Schiff jetzt auch entern? Ne, kann ich nicht. Schade. Das Ding habe ich versenkt. Das Ding habe ich versenkt. Feuer! Wir können uns nichts anhaben, Sir. Feuer! Was? Das war's? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und da kommt dann die nächste Welle. Äh... 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 Warte mal. Brennende Schiffe sind nie geil. Oh Gott! Brander! Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte! Sollten wir das verhindern? Ding! Erkenne das Schiff, Sir! Es ist die Entgartungsrede! Adewale! Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben! Abgemacht! Wir müssen diese Brander loswerden! Wo ist jetzt der, der Typ? Leer Brander! Mörser beschutzen, Chase! Wir sollten die Mörser abholen, Captain! Wow! Das ist nicht so geil! Wir müssen den Brander versenken oder von hier vorn! Eine weitere Welle Brander, Captain! Scheiße! Ich habe die nicht gesehen auf die... Ah... Ist super! Gut, nochmal! Kriegen wir irgendwie hin! Gott! Brander! Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte! Dann sollten wir das verhindern! Ich erkenne das Schiff, Sir! Es ist die Extartungsrede! Adewale! Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben! Abgemacht! Wir müssen diese Brander loswerden! Äh... Äh... Stopp! Ne... Ne, da... Ja... Stoppen! Stoppen! Feuer! Feuer! Boah, ernsthaft! Wo sind denn jetzt meine... Doch wer Feinde, Sir! Wo denn? Es ist Ordnung so! Vielleicht sollten wir uns zurückziehen! Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain! Es ist noch nicht vorbei, Männer! An die Kanonen! Los, an die... Ja! Da kommen die! Ja! Da muss Marssegel festkommen! Vieren und einholen! Hauptsegel bergen! Feuer! Haltet Abstand! Die bekommen Verstärkung, Captain! Schnell! Das war's für die... Morser! Feuer! Feuer! Haltet Abstand! Haltet Abstand! Sie sind genau in Ihrem Weg! Sie müssen den Brander versenken oder von hier vor! Oh shit! Feuer! Wir haben noch die Feuerkraft, Sir! Wir sollten abschreien! Feuer! Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain! Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen! Sie schießen mit Mörsern! Mörser könnte sich als vorteilhaft erweisen! Ja! Können! So. So. Das Ding hat aber auch nur so ganz knapp gelebt. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Immerhin. Oh. Oder doch nicht. Oder sind das unsere. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. Der Kenway scheint entschlossen Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Welt. Die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es. Ich weiß. Aber es ist eine Schande. Er ist ein guter Mann. So wie der ältere Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Falls ihr meinen Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. 49. Ich glaube nicht, dass ich den angreifen sollte. Und, äh, wo müssen wir hin? Ah, da können wir schnell hinspringen. Gut. Schnell Sprungreise. Der Kenway scheint entschlossen Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es. Ich weiß. Aber es ist eine... Das ist hier immer so... Immer... So wie der ältere Washington und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrobe auch. Ob... Vielver... Also, da... Ich glaube, da muss man noch ein bisschen was, äh... Einbauen. So. Ähm... Shade Verbesserung. Äh... Anfertigung. Kann ich da was machen? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, Wurfpfeil. Herstellung zur Zeit nicht verfügbar. Achso. Hm... Gut, egal. Was ich noch gucken wollte, wo müssen wir hin? Ach ja. Dauert ja ein bisschen mit dem Hin und Her fahren. Ich würde sagen, wir fahren da hin. Oder ich fahre da hin. Und werde das hier rausschneiden. Und äh... Dann sage ich bis gleich, wenn ich den Knopf finde. Oh. Nein, okay. Nein, ebenso.